ein wunderschönen guten tag mein hobby ist altfranzösisch und der titel dieses podcast das ist altfranzösisch und ich beschäftige mich zurzeit mit diesen grauen heftchen gedruckt im alten montpellier in mayenne der name der straße ist auch schon altfranzösisch deshalb passt dieses heftchen ich bin über sätze gestolpert die für mich keinen sinn gemacht haben ich habe es geschafft einen davon zu übersetzen und ich bin jetzt beim zweiten satz angekommen ich lese den einfach mal vor lesen tendons und des pouvoirs très entendu de justice police et finance qui en font les représentants du roi en provence so als erstes gestolpert bin ich über die man denkt immer man weiß alles dazu und ich habe sie aufgeschrieben und zeigen dass ich fleißig bin und ich gucke jetzt erst mal bei bonnach und lese das vor habe ich noch ein zweites wort nachgeschlagen was auch wichtig ist in dem zusammenhang was auch in der französischen politik oft falsch benutzt wird das ist ein hauptwort und es ist männlich le pouvoir kredi influence possibilität d'action de quelqu'un de quelque chose avoir avoir beaucoup de pouvoir il n'est pas en mon pouvoir de m'opposé à cela le pouvoir de la presse des médias sur l'opinion es heißt einfach nur macht avoir beaucoup de pouvoir viel macht haben il n'est pas en mon pouvoir de m'opposé à cela ich habe nicht genug macht Kraft um mich dagegen zu stellen die macht der presse oder die gewalt der presse des medien über die meinung pouvoir d'achat, valeur réelle en marchandises, services, produits, alimentaires qui représentent en revenu, Kaufkraft, Gouvernement d'un pays exercé, détenir le pouvoir, gouverner, regierungsgewalt parvenu au pouvoir de langen intrigue durch intrigue an die regierung kommen in regierungsgewalt kommen au pouvoir de quelqu'un d'un pays sur son autorité sa domination au pouvoir de quelqu'un d'un pays sur son autorité sa domination jemanden der hand haben die macht über jemanden haben und jetzt kommt der Teil des interessantes für diesen Satz pouvoir exécutif institution politique chargée de veiller à l'exécution de lois gouvernement die dritte Gewalt, die exécutive, die Polizeigewalt pouvoir judicaires ensemble de la magistratur chargée de rendre la justice die erste Gewalt, die judicative, nee, das ist die, doch das ist die erste und die zweite Gewalt ist pouvoir législatif ensemble de ceux qui sont chargée de élaborer et de voter les lois warum das in der Reihenfolge steht, da meine ich mich an meinen Unterricht erinnern zu können ist L'Esprit de Rois de l'éveloppe 1748 die Theorie der drei Gewalten, das Buch wird Montesquieu zugerechnet das ist hier im Kapitel der König erwähnt, ich bin hier im Kapitel der Regierung deshalb wird es hier noch in der Reihenfolge aufgeführt man hat es irgendwann geändert, erste Gewalt judicative, zweite Gewalt die parlamentarische das ist die legislative und die dritte Gewalt ist die exekutive und dabei wird es immer gewalttätiger das Parlament hat mehr Gewalt als die Richter und am Ende haben die Bewaffneten, die was durchsetzen wollen die meiste Gewalt über eine einzelne Person deshalb hat man die Reihenfolge irgendwann geändert und pouvoir hat noch eine dritte Bedeutung und eine Begründung für die Reichweite und dafür werde ich zum Beispiel von einem Mischung für den eigenen König sowie die Gewalt und die Kommunikation und anząd der Begründung für die Gemeinsammerung und die Kommunikation hat das ? bei einem Mischung für die Freiheit also? Ja? Bei einem Mischung für die hàngse das ist eine Krise ein regimesung für die Gemeinsammerung für die Gemeinsammerung oder einem in einer Versammlung von Zusammenarbeitenden vertreten. Hier nennt man das oft Genossenschaft, landwirtschaftliche Genossenschaft. Ja, sowas halt. Gibt es zum Beispiel in Frankreich auch beim Weinbau, wenn kleinere Weingüter gemeinsam ihren Wein vermarken. Dann kann man da jemand anderen hinschicken mit einer Vollmacht. So, das ist das eine, was man rausgucken muss. Einmal einfach nur Macht, dann Kaufkraft, dann... ...die Regierungsgewalt, dann die drei Gewalten und zum Schluss Vollmacht. Das ist die Bedeutung von Pouvoir. Und was hier gemeint ist, ist... ...die Pouvoir très entendue de justice, police et finance. Das sind die drei Gewalten. Die drei Gewalten sind in der Hand der anderen Division, der anderen Einheit, der Generalité ou Grand-Tendance. La Generalité ou Grand-Tendance hat die drei Gewalten. Und die hat die nicht irgendwie... Die hat die Entendu. Und was Entendu heißt, habe ich auch nachgeguckt. Das ist das Wort, was in der französischen Politik falsch benutzt wird. Wir haben uns darauf geeinigt. Wir haben darüber abgestimmt. Es ist klar geregelt. Unter Umständen sogar aufgeschrieben. Entendu. Je vous ferai connaître le résultat. Stimmt nämlich überein. Ich teile euch das Ergebnis mit. Das ist die erste Bedeutung. Die zweite Bedeutung ist, c'est entendu, c'est une affaire, entendu. Je vous l'accord, il est vrai, il y a des risques. C'est entendu, mais l'enjeu est entendant. Ja, das ist die erste Bedeutung. Ja, das ist die erste Bedeutung. Ja, das ist die erste Bedeutung. Ja, das ist die erste Bedeutung, c'est entendu, c'est entendu, c'est entendu, c'est entendu, c'est entendu, c'est entendu. Bien entendu, c'est familière, comme de bien entendu, naturellement, c'est la voix de soi. Bien entendu, si vous nous aidez, vous aurez votre part de bénéfice. Tu viens avec nous, bien entendu, c'est entendu. Wieder in Übereinkunft, in geselliger Übereinkunft. Wenn man das verstanden hat, kann man den Satz übersetzen und kommt der Bedeutung im Französischen näher. Also es geht um die Generalität oder Intendance. La Generalité ou entendance ist, glaube ich, auch immer zusammengesagt worden. Das ist die Lothre-Division. Und da gibt es Intendanten, die werden vom König ernannt. In den 36 Generalitäten. Les Entendants ont des pouvoirs très entendu de justice, police et finance, qui en font les représentants du roi en Provence. Also es gibt die Intendanten, die Vertreter des Königs, die in Übereinkunft Gewalt bekommen haben. Und zwar die Erste, Zweite und Dritte, die über die Justiz, nee, nicht die Erste, die Erste und die Dritte, die über die Justiz und die Polizei und auch noch Gewalt über das Finanzwesen. Die Zweite haben sie nicht, das war gerade falsch von mir. Und sie repräsentieren den König in der Provinz, in diesen Generalitäten. Und davon gibt es 36. Ja, also. Die haben Macht in großer Übereinkunft bekommen, über die Justiz, das wäre die Erste Gewalt, und die Polizei die Dritte Gewalt. Und über die Finanzen. Und sie repräsentieren den König in der Provinz. Es gibt dann noch einen Satz, und da kümmere ich mich morgen um. Tschüss. Und es ist das, was wir heute beaten uns. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020